Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 6. April 2024. Und ich habe schon ein bisschen Sport gemacht, war schon baden, habe schon DHL in Empfang genommen und bald geht auch der Stream los. Wir werden heute drei Stunden God of War Ragnarök spielen, aber auch nur drei Stunden, weil ich bis 16 Uhr noch was abholen muss. Das ist ein anderes Päckchen, was am Donnerstag nicht zugestellt werden konnte. Und das liegt jetzt in so einem Laden hier um die Ecke und ich habe es gestern nicht geschafft, das abzuholen. Ich will aber auch nicht bis nächste Woche warten und der Laden macht aber heute um 16 Uhr zu. Das heißt, ich kann heute nicht bis 16 Uhr streamen, sondern bis 15 Uhr. Aber vielleicht mache ich heute Abend noch einen extra Stream, wer weiß das schon. Wir kicken mal, ne? Jo, ansonsten war der Einstieg ins Wochenende gut. Ich habe gestern früh das Wochenende begonnen, habe drei Stunden Banishers gespielt, habe dann ein bisschen Serien geguckt, was gegessen. Eine von Germain empfohlene neue Pizzasorte oder Art fast schon mit so einem Laugenteig. Also nicht normaler Pizzaboden, sondern das ist wie so eine Laugenstange oder Laugenbrezel. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, und das war ganz gut. Davor habe ich zwar versucht, Essen zu bestellen, aber das hat nicht so ganz funktioniert, denn der Inder, wo ich bestellt habe, der hat irgendwie eine Dreiviertelstunde, nachdem ich bestellt habe, zurückgeschrieben, wir müssen die Bestellung stornieren. Schönen Tag noch. Und dann denkt sie so, was? Das geht? Wusste ich gar nicht. Okay, hat funktioniert. Und dann habe ich halt eine der Backup-Pizzen aus dem Tiefkühlfach genommen und die mir gemacht. Ja, Filmabend ist ein bisschen vertagt. Ich weiß nicht, ob wir heute oder morgen schauen oder dann doch erst nächste Woche. Aber das passt alles. Ganz entspannt. Und wir gucken mal, wenn ich heute am Film gucke, dann streame ich wahrscheinlich nicht. Wenn ich nicht Film gucke, dann streame ich vielleicht doch. Und wenn ja, was? Schauen wir mal. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts großartig zu erzählen. Wettertechnisch wird es immer wärmer. Wir haben, glaube ich, wieder über 20 Grad jetzt an den beiden Wochenendtagen. Auch nächste Woche sind es dann 20 Grad. Und wir schauen mal, wie das Wochenende wieder Samstag so wird. Es wird gestern Abend, weiß ich noch, hat es richtig noch geplattert, geregnet, geschüttet. Und ja, das war jetzt, glaube ich, erst mal das letzte schlechte Wetter. Ich wollte gerade nachgucken, aber ich lasse es einfach. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin ja eh zu Hause, von daher. Ja, ansonsten habe ich gestern mal VoiceAttack wieder installiert. Habe ich mich von Tom ein bisschen anstecken lassen. Wollte die VoicePacks runterladen und habe festgestellt, ich komme zwar an meinen Shop-Account rein, von HWC oder wie sie heißen, aber ich kann da nichts runterladen. Da stehen zwar meine Einkäufe, aber es gibt keine Download-Links zu den Paketen. Und dann steht nur Neukaufen. Aber ich habe das ja schon mal gekauft. Seit 2017, in regelmäßigen Abständen, habe ich neue VoicePacks gekauft. Und jetzt habe ich erst mal den Kundenservice kontaktiert und bin mal gespannt, was die mir schreiben. Ob die sagen, naja, sie müssen es jetzt neu kaufen oder hier haben sie nochmal einen Link zum Runterladen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass zwischendrin irgendwann 2020 hatte ich das Thema auch schon mal und da haben die mir Links geschickt, wo ich das runterladen konnte. Die funktionieren aber nicht mehr. Die Ablageorte gibt es in der Form nicht mehr. Und nun muss ich mal schauen, wie ich an meine insgesamt 5 VoicePacks rankomme. Die sind auch krass teurer geworden. Also ich weiß, dass ich damals zwischen 8 und 10 britischen Pfund bezahlt habe. Mittlerweile wollen die für ein VoicePack 22 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel Pfund das jetzt sind. 22 Euro in britische Pounds sind 18 Pfund. Also das ist schon krass. Das ist fast verdoppelter Preis. Ja, mal gucken. Vielleicht stellen sie sich ja quer und sagen, nö, kriegst du nicht. Musst du noch mal kaufen. Schauen wir mal. Ja, ansonsten jetzt noch ein kleines, aber feines Frühstück. Und dann können wir mit den Streben loslegen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns später oder morgen. Vielleicht beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss.